Egal, wir haben ja jetzt auch Eisen, ein wenig. Das ist zwar nicht die Welt, aber wir schauen mal, dass wir noch ein bisschen Eisen finden jetzt in dieser Aufnahme-Session. Dass wir da mal gucken, dass wir da noch genug Material finden. Genau, hier haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Ich hoffe, hier spawnt nichts. Das machen wir erstmal zu, in der Hoffnung, dass wir das wiederfinden. Schön. Wir sind jetzt gerade auch auf Höhe 45. Das heißt, wenn wir jetzt auch weiter nach unten gehen, kann es sogar schon passieren, dass wir Slimes finden. Diese niedlichen Blobs. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt... Achso, in dem Texturenpack sind die ja einfach nur grün. mit so einem ganz leichten Gesichtern. Hä? Kein Feuerstein, nix? Egal. Dann bauen wir das auch wieder zu. Ja, hier kommen wir später wieder drauf zurück. Die Höhle ist ja sagenhaft. Ach, guckt mal eine an. Guckt mal da oben auf die Minimap. Seht ihr das? Das ist doch geil. Da haben wir gleich auch schon mal ein bisschen Lava. Ja, schön. So, da waren wir nicht. Hier mache ich mal den Eingang ein bisschen größer zum Dungeon. Zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Ja. Hier könnten wir uns eigentlich auch so einen kleinen Weg machen. Hier nehmen wir keine Cobblestones. Hier nehmen wir Erde. Und wie ich sehe, haben wir da draußen gerade ein bisschen Nacht. Was ja auch nicht so schlimm ist. Schön. Hier haben wir ein Dungeon. Immer noch. Wäre lustig, wenn hier dann auch gleich so einen Mien-Schacht oder eine Schlucht in einer Nähe ist. Oh Gott, hier können sie von zwei Seiten kommen. Oh Gott, Alter. Dann sind wir mal leise. Dass sie uns auch gar nicht bemerken. So. Gehen wir oben lang? Wir gehen mal... Ja. Wir setzen uns mal eben anders hin. Und dann gehen wir mal oben lang. Sag mal, haben die die Creeper entfernt, oder was? Zack. Und zack. Ach, hier können wir auch nicht so viel spawnen. Hier ist ja gar nicht so viel Platz mehr. Da geht's ja auch gar nicht weiter. Die Creeper, die kommen ja sowieso fast immer aus der Richtung, wo man sowieso nicht hinguckt. Hat man den Eindruck. Ja, hier im Hintergrund Secret of Mana vom Super Nintendo. Gespielt vom WDR-Orchester sehr gut. Die Musik, die sie spielen. Ich hab mir letztes Jahr live ein Konzert im Fernsehen angeguckt. Im ZDF. Ach nee, im WDR. Ja, Entschuldigung. Ich guck ja sonst kein WDR oder sowas. Aber... Ja, schön. Hier überhaupt keine Monster oder sowas. Finde ich gut. Gleich macht es siebten. Und wir sind tot. Oder seid ihr nicht? Ja, wo ist das? Dramatische Musik in einer Höhle. Und gleich kommt ein Creeper da rein. Ich sage das mal nicht zu laut, weil... Fast immer, wenn ich irgendwas sage, dann passiert es auch. Schön, 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 schön. Hier finden wir doch eigentlich nie wieder raus. Das weiß ich jetzt schon. Hallo. Ist hier was? Ich hab Angst. Und ich mag zu. Wie geil das hier auch ist. Wie verwinkelt. Also diese ganzen neuen Höhen. Richtig geil. Also wie gesagt, ich hab mit der 1.7er angefangen. Mit der 1.7.3. Und... Da waren viele Höhlen noch nicht so... Es gab auch schon epische Höhlen. Aber... Ja... Ich glaube, die haben das alles noch extrem verbessert. Den Map Generator zumindest. Man hat auch heutzutage viel mehr Rohstoffe gleich vor der Haustür als früher. Dann... Da war ich dasiße. Ich habe das nichts daran. Nein. 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 Ja... Was ist das da oben? Ist das Stein? Ja, das ist Stein. Ja, ihr wisst ja. Bei mir sieht das ja ein wenig anders aus durch das Texturen-Pack der lieben Honeyball. Ich spiele ja nun gar nicht mit den Standard-Texturen eigentlich. Und ich habe jetzt eigentlich auch nur für diese Aufnahme mit diesem Texturen-Pack die Aufnahme begonnen, um halt mal Minecraft ganz natürlich zu zeigen, so wie es standardmäßig aussieht. Auch wenn die Mini-Map normalerweise nicht dazu gehört. Hier haben wir auch wieder ganz viel ganz viel Keys, ganz viel Geröll, besser gesagt. Und gleich ist die Aufnahme schon wieder hier. Ich wusste es. Eine schöne Musik. Ach, Schaufeln haben wir ja noch. Spitzhacke haben wir keine mehr. Da sollten wir echt bald mal gucken, dass wir uns mal wieder auf den Weg nach Hause machen. Dass wir uns mal eine neue Spitzhacke machen. oder auch gleich 20, 30, 40. So, hier ist weiterhin nichts. Nein. Hier fällt auch nichts runter. Nein. Schöne Macht. Schöne Macht. Ja, ging es ja jetzt eigentlich weiter irgendwo? Hier war irgendwo Ende in ist nicht viel mehr zu sehen. Schön. Hm. Das ganze Geröll. Ich weiß nicht, ob wir das aufheben oder ob wir das wegschmeißen. Ja. Schön. Gut. Überhaupt nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Monster-Spawner. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Abzweigung. Ich weiß es gar nicht so genau. So, hier ist der Spawner in der Nähe. Äh, nicht in der Nähe. Wasser? da, tropft Wasser rein. Schön. Ach, da. Das wollte ich doch das hier ein bisschen fluten. Auch wenn hier womöglich dann Creeper erscheinen. Aber so haben wir zumindest einen kleinen Fahrstuhl nach außen. Nee, hier werden keine Creeper erscheinen. Glaube ich nicht dran. Ach, scheiße. Ach, wir sind ja immer noch in der Höhle. Ach, was. ja, auch nicht schlecht. Gut. Hier tropft nix. Nö. Gut, gut. Und einmal weiter und dann wieder. Und tschüss. tschüss. Ach, man, nee. Ich hätte das mal so lassen sollen. zack. Und runter. Ja, wo kam er denn jetzt nochmal her? Hier, glaube ich. Hier war der Monster Spawner, ne? Da. Da waren wir auch schon. Hier haben wir uns ja in die Erde gebuddelt. Da ist nix. Ich dachte, da wäre noch eine Höhle. Was ist denn hier? Ach so. Hier haben wir Rohstoffe eingesammelt. Ah, ich habe Eisen übersehen. Silbereisen. Auch eine lustige Musik eigentlich. Gut. Die Höhle haben wir soweit erst mal ausgebeutet. Ja, dann gehen wir mal zurück. Und schauen wir einfach mal. Hühnchen. Ich habe die Höhle. Ich habe eine Kugel gehört. Glaube ich. Zumindest. Und das. Das geht's. Mal was später. Oder nie. Ich höre doch hier ständig eine Kugel. Wo ist sie denn? eine Kugel. Ich höre doch. Oh shit. Ich höre doch. Nicht. Haben wir hier nicht? Ich glaube, wir haben hier nicht. Nicht. Ist nichts. Auch schön, um so eine kleine so eine kleine Höhle zu bauen, die man dann als Haus nutzen kann. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und schauen mal. Da hinten waren wir irgendwie unter der Lava. Sag nicht, da ist eine Schlucht. Wo ist die Kuh hin? Uhu. Uhu. Mö, mö. Mö, mö. Mö. Ja. Boah, haben wir viel Geröll mit. Schmeißen wir mal raus. Schmeißen wir auch raus. Ich brauche kein Geröll. Okay. Ach, du Scheiße. Du kriegst die Tür nicht zu. Ja, hier gleich mit Lava. Auch schön. Hier hauen wir schnell wieder ab. Weil wir fallen ja eh nur rein. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Was haben wir denn hier? Wir sind nur beleuchtet. Ach, das war ich. War das nicht mein Höheneingang? Ach ja. Hier hatte ich mich ja reingebuddelt. Ich trau mich ja eigentlich gar nicht raus jetzt. Weil ich nicht weiß, ob da nicht irgendwoher ein Creeper erscheint. Und deswegen legen wir hier auch das Ganze irgendwie tot. Das ist ja nichts. Dass hier zwar was reinfallen kann, aber uns nicht auf die Pelle rücken kann. So wie sehr. Ja, was können wir dann in der Zeit machen? Wir basteln hier mal ein bisschen. Bauen uns hier mal ein Weg frei. Vielleicht finden wir ja ein bisschen Kohle. Hm. Es ist dunkel. Nicht mehr. Ja, wo? Jetzt wäre ich ja auch schon da. Warte mal, Gravel. Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja.